Moment mal Was ist das? Okay, das ist so eine Art Schleim Ist das kein Lava? Oder ist das Tinte? Könnte auch Tinte sein Alles klar, wir haben jetzt schwarze Farbe an uns Wie lange dauert es, bis das wieder weg ist? Nein Jetzt haben wir kein... okay Ja Jetzt brauchen wir die Blumen wieder Wo haben wir die Blumen? Wir hatten doch hier irgendwo Blumen gehabt Da hinten bestimmt Da hatten wir Blumen, ja Und? Kommt's? Geht ihr jetzt die Magie? Ja Und so Okay Okay Da werden wir gleich was feinig runterfallen Ah, da gab es auch noch Blumen Okay Und die Steine liegen da oben So So Da haben wir den nächsten War klar Jetzt müssen wir wieder runter Blumen sammeln Komm, ich will hier runter Ich glaube die schwarze Farbe Werden wir aber auch nicht mehr los Ich dachte, ich habe jetzt die... Ah, ich wollte schon sagen Das dauert immer länger, bis wir das Eingesammelt haben Und so Und so Yo Ich dachte, wir landen auf den anderen da Aber ne Ganz erstmal So weit nach hinten Ah, hier neuer Bereich So Das haben wir jetzt auch geschafft Ah, und jetzt bleiben die Okay, aber wir brauchen trotzdem jetzt Die Doom Okay, ich glaube die schwarze Farbe Werden wir nicht los Wenn wir immer wieder da reinspringen Aber vielleicht müssen wir auch ins Wasser Erstmal oder so Wird's jetzt endlich mal was So, jetzt So, und Ja Okay Okay, hier Müssten wir wahrscheinlich so oder so reinspringen Ich glaube spätestens jetzt werden wir so oder so mit schwarzer Farbe gefüllt Achso, das war schon Nur einmal Okay Da ist der nächste Ist hier noch ein dritter Oder Oder habe ich den da noch nicht fertig Ah, hier oben Und noch ein Zauberknapp Okay Okay, aber Zauberstab nehmen wir mit Und jetzt suchen wir Harry Vermutlich oben Irgendwo Jo Ah, hier Hier irgendwo muss er sein Wir sind in seiner Nähe Hä Wir sind definitiv in seiner Nähe Vielleicht ist er hier Auf der Ebene unter uns Ich bin mir nicht sicher Oder hier drunter Wir sind definitiv in seiner Nähe Ja, hier Okay So, und wieder Von vorne Ah, wir haben wieder einen übersehen Okay Irgendwo haben wir wieder einen vergessen Aber ist jetzt nicht so wichtig So Und so Der Deckepittel ist auch Größer Die ersten drei Die gehen ratzfatz vorbei So Können wir Ja Okay Mit Wasser können wir die schwarze Farbe Wieder loswerden Was passiert Wenn wir hier komplett drunter Uns reinlegen Hier passiert nichts So Jetzt bin ich gespannt Ich will jetzt wissen Wie wir hier jetzt weiterkommen Stimmt hier drüber irgendwie Stimmt hier drüber irgendwie Okay Für mich ist es gerade Nicht erkennbar Wie wir nach oben kommen Oder weiter Doch hier So Nice Den haben wir schon mal Ah, das Ding hat das Wasser verpestet Okay Aber da ist ja auch noch einer Und jetzt wird Alles klar Jetzt ist hier mehr Wasser Und wir haben Keine Blumen Gerade Zumindest keine In greifbarer Nähe Oder zumindest In sichtbarer Nähe Sag ich jetzt mal Jetzt brauchen wir aber eine Okay Das hat gereicht Kommen wir Ja, wir kommen hier ran So Okay Nächstes Ziel haben wir Nein Daneben Ne, so kommen wir auch nicht hoch Einfach mal Daneben geschaut Aber wir haben es trotzdem geschafft Okay Nächste Nächste Etappe Nächstes Ziel Nächste Stufe Und wir kommen hier auch immer noch an die Blumenrand Nice Komm Gib mir die Kraft Du sollst mir die Kraft geben Die Kraft der Blumen So Jetzt Wohin Ich vermute da hinten hin Oder hier Könnte es auch sein Nächste Oder Könnte vielleicht sogar schon sein Ne, noch nicht Hierfür müssten wir noch was machen Oh, was haben wir hier Okay Erstmal abwarten Und Jetzt nochmal Nice Jo Jetzt sind wir am Schwimmen Einmal müssen wir noch Blumen finden Da oben Ah, hier sind welche Können wir die im Schwimmen nehmen Ja Komm, gib sie mir Bitte Ja So Und hier Der letzte Okay Wasser steigt noch Aber Jetzt ist die Frage Wohin Ich glaube da Auf die Insel Ich nenne das jetzt einfach mal Insel Nee Nee, die kann ich jetzt nicht einsammeln Kann ich die hier einsammeln? Ja, hier kann ich einsammeln Hä? Also Ich wollte schon sagen So Dann machen wir hier nochmal Die Energie Ah, das Ding wieder Nice Aber noch einmal Blumen Endlich hat der Controller aufgehört zu vibrieren Seit Kapitel 3 hat es ununterbrochen vibriert Jetzt Endlich hört das auf Das hat jetzt aber auch echt ewig gedauert Ja, das war Okay Jo, nicht zu weit Gut Das hat geklappt So, dann haben wir das jetzt geschafft So, dann haben wir das jetzt geschafft Jo Nein War nicht schnell genug War nicht schnell genug Ja, jetzt haben wir es So, dann haben wir das jetzt noch mal So, ich will mir jetzt eben nochmal schnell einen neuen Energy gönnen Aber hier noch einen Rucksack neben mir Weil meiner hier leer ist Weil meiner hier leer ist Der hier neben mir steht Der hier So Und dann können wir jetzt weiter machen Okay, hier liegen wieder jede Menge Tote Und dann können wir jetzt weiter machen Und dann haben wir wieder Komm, nimm den auf. Okay. Zauberer suchen. Was? Okay. Hier kommen wir nicht wirklich weiter. So, wo ist denn der Zauberer? Da vielleicht? Ne, hier geht es gar nicht weiter. Okay, also schon der Weg. Dann hier. Ah, okay, der ist irgendwo in der Nähe. Wo finden wir den? Okay, das muss also in dem Bereich sein. Also wahrscheinlich da oben. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir da hoch? Kommen wir hier drüber irgendwie? Dach hoch? Auch nicht. Müssen wir ein bisschen weiter gehen? Oder hier? Ein Geheimweg? Auch nicht. Okay, wo könnte der denn sein? Da ist er. Okay, wie kommen wir da hin? Ich glaube hier rüber. So, das haben wir jetzt auch mal geschafft. Ich fahre jetzt auch gerade, wie die Musik sich geändert hat. Okay, aber uns fehlen noch einige. So, dann machen wir jetzt erst mal das Ding hier. Und der ist fertig. So, was gibt's hier noch? Können wir da hoch? Nein, da können wir nicht hoch. Schade. Aber ich will immer so ausprobieren, wo man überall das hoch kann. So, einmal unsere Kraft abgeben. Okay, jetzt geht der rote Regen wieder los. Der rote Schnee. Ich würde sagen, das ist der Blutschnee, oder? Der schneit Blut. Okay, nice. Da kriegen wir jetzt schon mal die erste Plattform. Keine Ahnung, ob es noch mehr gibt. Hier unten. Ich hätte jetzt gerne aber eine Blume. Will wieder zaubern. Hier gibt's Blumen. Ja, da gibt's Blumen. Komm, gib mir die Kraft. Ich will sie haben. Ja. Ah, jetzt. Ich wollte schon sagen, wie lange dauert's. So, dann den hier. Okay, einen müssen wir noch finden. Wenn wir da hoch können. Wahrscheinlich jeder. Ah, okay. Nein. Okay, ich glaube, ich seh schon. Komm, schnell, schnell, schnell. Und noch einen Versuch. Schnell, 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 schnell. Okay, das hat gereicht. Das hat gereicht. Geil. So. Nein. Wieso hat er nicht gesprungen? Toll. Jetzt sind wir runtergefallen. Super. Hallo? Ich drück doch springen. Ja, komm, ich will da hoch. Hier springt er nicht. Ja, jetzt springt er. Warum gerade nicht? So, jetzt haben wir's geschafft. Hier oben gab es sonst nix, oder? Ne. Hier gab's nix. Okay. Irgendwie muss ich mir bei diesen roten Wolken auch denken, das ist die Verheerung Garnon. Kommt mir ein bisschen so vor. Vielleicht finden wir gleich noch Link und Zelda. Oh. Wo ist ein Zauberstab? Wir haben irgendwo einen Zauberstab übersehen. Wahrscheinlich hier, hä? Da ist er. So, dann wieder zum Magier. Komm, hoch. So, ab zum Magier. Ah, der macht jetzt das hier wahrscheinlich auf, hä? Jo. Jo. Dachte ich's mir drauf. Okay. Wahrscheinlich jetzt das nächste Kapitel. Ja. Was ist da? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020